Ja, die vielseitigen Arbeiten eigentlich. Man kommt so viele Sachen an. Ich war schon im Büro und in der Werkstatt und auf Montage. Eigentlich schwarzen und säften von den Trägern. Großen Auftrag fertig sind und wenn man dann sieht, werden die schweren Stallbauteile auf Sondertransporten, das Firmengelände verlassen. Und das macht mich richtig stolz, dass man sieht, was wir da wieder geleistet haben.